Erleben Sie eine Ausstellung, die Fakten für eine Bewertung der Firma Ralf Schmitz und ihre Aktivitäten zur Verfügung stellt und die einlädt zur Diskussion. Wir bauen inzwischen in den meisten deutschen Metropolen. Wir sind in Berlin, in Hamburg, in Köln und natürlich auch sehr stark in Düsseldorf unterwegs. Wir haben uns beeindruckend zu sehen, was die fünf Generationen geschaffen haben über 160 Jahre. Und für mich ist das so spannend, hier in Kempen zu arbeiten. Ich bin keine Kampnerin, ich bin selten hier und hier in Kempen zu arbeiten und viele Objekte, die ich hier in den vergangenen Jahren gesehen habe, sind wirklich Teil der Unternehmensgeschichte. Das finde ich spannend, auch einfach diese fünf Generationen, was da alles hinter steckt und wie du sagst, wie viel Herzblut in dieser Arbeit ist, wie auch das Unternehmen hier in Kempen verwurzelt ist und wie es auch angenommen wird. Es gehört einfach zu Kempen mit allen, mit all seinen Facetten und das ist, das wird hier unglaublich toll dargestellt. Das ist schön. Hier erkennt man, dass der Titel ihrer Einladung, Bauen mit Leidenschaft, sichtbar ist, den Zeiten angepasst, in denen die Gebäude errichtet wurden. Zusammenhalt, Leidenschaft, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, soziales Engagement, aber auch die kritische Betrachtung von außen mit sich selber. Die evangelische Kirche ist ein berühmtes Bauwerk, wo also die ganz von Firma Schmitz gebaut worden ist. Die Eisenmöbelwerke Arnold, um nur zwei zu nennen, aber auch ganze Siedlungen sind hier von Schmitz gebaut worden. Eine großartige Geschichte. Vor allem aber empfinden sie nach, was das heißt, Bauern mit Leidenschaft. Durch fünf Generationen. Das soll den Schmitzens mal einer nachmachen. Ich danke Ihnen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020